Willkommen zurück bei Sword Coast Legends. Wir sind ja immer noch in der Feste und haben hier gerade eine Schmiede gefunden. Mit dem können wir scheinbar Sprache. Mal gucken wir mal ob der jetzt nicht gerade an der Hals gehen will. Gucken wir mal was der will. Das ist nur Händler okay. Hat der was gegeben nicht hier. Oh. Ich bin nur leid was. Was ist denn das? Axtlingenscherbe. Oh ja. Das nimm man. Braucht ihr bestimmt nie mehr. Das ist wieder was für unser Schmied in Luskan. Upsa. Nein. Du. Was ist denn hier? Hier ist wieder eine Tür. Dann gehen wir sie erst mal in die Welt ohne Türe. Ja, ja. Wir haben noch nicht alles gefunden. Warte mal ab. Ah, okay. Hier ist der Aufstieg. Das ist gut. Dann gehen wir sie erst mal doch in die Tür da hin. Ist ja doch. Wollt ihr doch wissen was da ist. Hier ist was mit Fasel geschützt. Ähm. Ein Waffenständer. Eine Feuerzunge. Zweihändig. So. Habe ich mich nicht irgendwann. Ah, ich kann bei denen der Händler und dem kann ich 5 was verkaufen. So. Gehen wir uns mal ein bisschen, ähm, äh, genau. Handschuhe des Elans. Was macht das? Brauchen wir auch nicht. So. Ah, das machen wir noch vorher. Wir tun vorher noch unsere Sache Fatigue bei dem Kerl da ohne. Oh, noch eine Truhe. So. Ähm, wo steht er dann? So, ne? Genau. Zeig uns mal deine Ware. Aber eigentlich wolle mir nur ein bisschen was verkaufen. Was ist das nochmal? Großaxt. Stab der Macht. Kampfstab. Guck mal. Weg, weg. Waldwaffenrock. Brauchst du eh nimi. Stürmische Kleidung. Weg, weg, weg. Kommt das ganze Grüne. Zeig dir. Ewige Handschuhe. Ne, brauchen wir eh nicht. Brauchen wir auch nicht. Brauchen wir auch nicht. So, behalten wir um, um, um die Gag. Behalten wir das. Ähm, so. So, sagen wir ein bisschen, wenn wir mal was vertickt. Könnt man hier noch. Feuerzunge. Das ist Schlitzschade. Der Hellebarde. Zwei bis zehn. Hammer. Weg damit. Was ist das nochmal? Zweihändig. Drei bis zwölf. Und... Hat viel Minus. So, Hammer. Segen der Titanen. Da würde ich dann doch lieber denne vorziehen. Aber, boah, der macht doch schon gut schade. Ähm, das ist eine Hand-Axt. Da haben wir schon geguckt. Die ist nichts für uns. Markierte Axt. Gucken wir auch nicht. So, okay. Das ist immer nur ein bisschen... ...leichter. Und dann gehen wir mal... Oh, 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 was war das? Was war? Warte, irgendwas rot, was ich... Ach, hier. Antaliere, haut mir die Boot kaputt. So, auf in das dritte Level der Seefeste. Also, fällt mal gerade auf. Seefeste. Ja, das war früher auch toll. Das ist Seefeste. Und die haben sogar mehr Zahl. Seefeste. Hahaha. Ah, schlechte Wortwitze. Unglaublich. Ich fühle mich, dass ich gar nicht so denken kann. Meine Tüche. Grinden. Wir müssen näher kommen. Lass uns aufpassen. Ähm, mhm. Hier hat jemand schon gewütet, oder? Ist das das? Scheiß will ich jetzt auf Kenne fallen, wenn du möchtest. Es geht lustig eh. Also, hattest du damit Leid, die wo Esse geklaut haben? So, hier können wir... Das können wir kaputt hauen. Das A. So, was erwartet uns hier? Na, raufbollt. Ein Raufbollt. Das ist das Ende. Oh ja. Oh ja. Das ist das Ende. ist das dann leider entschärfe moment 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 ich musste die fall sehr schön schärfe aber jetzt kommt automatisch ich wollte nur vermeiden dass die kerle wieder dass die kerle wieder durchdrehungen durch die falle habe ich hätte eigentlich spekuliert dass die andere feinde blind da runter rennen laufen aber den gefalle wollen sie uns leider nicht tun ok der kleriker gold ab was ist dahin nicht ok hier geht es weiter hier nicht oder nee hier ist nix also in den nächsten raum zwei truhen ok hier geht es schon wieder in den nächsten raum ach so ich wollte schon sagen sie überhaupt keiner do aber halt wie sie einfach aus der schatte an zis 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 nö brauche momentan keiner heilung alles ok hier auch nicht war war was hast du aber dampfleitung was ist denn das ist die das alles verstecke gibt es doch nicht als man der glückseligkeit trank der giftresistenz hat man vorher mal gebraucht oha würdchen die bitte in schärfe gibt es doch nicht eh hier ist alles vermieden guckt man sich hier fast vor wie in wasteland 2 da war auch teilweise richtig minelandschaft und ob sie ruhe kommen ja mal sehr von das gold ja 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 da ist doch noch so ein schwarz ne eher net okay hier leih wieder palaise rum ne hier ist nix an die wieder esse geklaut oder hätte glauben zu machen hat mir ja nicht so viel genutzt randaliere besser kaputt haue na warte du könig mir haut dir die boot kaputt dass da vorkommt als wäre die erste mai wo braucht weiß man noch nennen dann hauchen man ins gesicht fall darum so der gang wird eigentlich laut falle schreie aber das tut er nicht was ist das hier also dass du könig ich hab dir jetzt aufs maul oder das sieht ein bisschen so aus wie der bei fluchte karibik dort davy jones oder wer das war und seine komische tentakel im gesicht ja typisch ich habe schon gedacht ihr seid jetzt ich bin euer vater der zeuge unseres jaja ok sprecht mit dem könig jaja ist recht andere teile im kopf das gehirn fehlt haben kurs jaja kurs 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 naja kann sie erkennt sie er kann nicht meine schatzkammer funkelnde Dinge sucht die steinware kurs supercom kurs 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 Torch is a switch. Switch is a torch. Ja, 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 ja. Passt beim Abstorben. Ja, ja, es ist recht. Es ist recht. Okay. Moment, Moment. Ich traue dieser Sache hier nicht. Ja, toll. Ganz toll. Als wenn er die nicht aufgemacht hätte. Ruhe. Äh, 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 was ist denn das? Amulett. Ja, äh, schön. Schön und gut. Unbändige Wut. Großschwert. Äh, genau wo das kann. Was ist denn das? Noch eine... Wow. Oh, ja, ja, Resistenz. Ja, ja, ist recht. Wenn ich da drüber laufe, kann ich... Spitze des Schockens knüppeln. So. Die Fackel... Äh, äh, jo, okay. Die Fackel ist ein... Wo ist denn hier die Fackel? Äh, wo war'n wer? Hier ist nix. Ähm, sprach mal nur mit dem. Hab ich irgendwo sowas sehen? Der strahlende Raum. Ja, ja, es ist jo recht, aber... Hier ist nix. Hab ich schon geplündert? Das Ding auch? Was ist denn das hier? Oh. Oh. Aha. Und... Nun? Was ist denn du da runtergehst? Mondtränen-Potest? Ja, komm... Komm du mir mal du her. Aha, okay. Mit der du da die... Kontrollieren. Ja, ja. Das kann schon mal versuchen. Ja. Jo. Ähm... 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 Ja. Und... Und nu? Müsst ihr das Ammo, oder? Oh, was ist denn das hier? Äh... 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 Schön. Das ist... Schön. Okay. Dass man so ein bisschen... umprobiere... nach weiterkommt. Alle Mann hierher. So. Äh... Was ist das? Befestigungsmauern der Seefeste. Hm... Okay, 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 okay. Das sieht gar nicht... gar nicht gesund aus, dass du... Was sind das hier? Weltbereisen, okay. Ähm... Aber bevor wir hier jetzt weiter reisen, ähm... Ich muss nur gerade Pause machen. Ihr wisst schon, wer die Katz. Und bleiben aber dran. Nicht schnell raus. Geh gleich weiter. Bis dann. Und wieder zurück. Dann gucke mir mal... Ähm... Wo es hier weiter geht. Beziehungsweise... Was hier auf uns wartet. Was hat's Gieren entfernt? Oh, hier kann ich wieder die Welt bereisen. Das ist... ähm... Nett. Habe ich vor. Äh... Hallo? Komm hier, ne? Gut. So... So, doch. Okay. Nein. Fest aktualisiert. Stellt euch dem Seelenschinder. Wow. Langs nicht, dass die Seele Schinder ist. Tja. Das ist schön. Und der ist, ähm... Du hast es gestalten. Ich werde dir die Herausforderung geben. Die Frage zu ihm. Und die Frage zu meinen höchsten Seventen. Der schweigende Schweig-Müse-Müse-Müse-Müse-Müse-Müse-Müse-Müse-Müse-Müse-Müse-Müse-Müse-Müse. Okay, warte mal. Und du machst eher schon mal das hier. Du machst das hier. So, ich glaube, ich muss hier wieder auf manuell machen. Ansonsten können das böse enden. Man muss segnen. Aspekt des Berges. So. Und dann du Stukosa noch. So, das mache. Und... So, Demokrat, das hier mache. Hallo? Wieso kann ich mich nicht anklicken? Das hat jetzt wohl K-Wert. Das sind zwei Fehler. Kommt, du meinst dein Master der Immolition, du. Wieso kann ich mich nicht an... Jetzt geht's. Möcht ihr irgendwie außer Gefecht oder was? Bin immer noch außer Gefecht irgendwie. So. Okay, der ist hier in Sklave. Lust, denn er muss hier in Sklave sind. Warte mal, du, Könsch. Vorsichtshalber, mo... Warte mal, nee, 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 nee. Mach du mo. Sende. Dortruf. Ähm, kannst du... Ach, dich hat er beim Schildschlag abgebrocken. Das hast du gemacht. Siegreiche Woge wäre jetzt mal angesagt. Mach. Ach, die siegreiche Woge. Wird du Ball? Was passiert denn hier? Wer ist es nicht? Aber auf jeden Fall, was hier passiert, ist nicht schön. Du gehst mo raus. Und zwar raus aus dem Zeug. Und geh Stemmo an die Kehle. Du. Nähmungsschrei ist okay. Und du. Mein Urteil brauche ich jetzt nicht. Was ist denn das hier eigentlich? Oh ja, Funken schlag. So, wo bist denn du? Großes. Mach du mo Sinn hier weg. Wupser. Ähm, nimm du mo Urteil. Und du. A-Sterne gekillt. Welchen Dorschuss mo aufstehende? Ähm, wo steht er dann hier? Meister der Illusionen. So, was kann man dann hier noch Schönes machen? Du. Musikartrick ist immer gut. Oh, der da macht dummes Sache. Und zwar kannst du mo das hier machen. So, was kannst du mal genau das hier. Da ist jemand betäubt. Das ist nicht schön. Mach schon du. Wer kommt denn da? Seelensklave? Seelensklave? Ist hier irgendwo einer, der die... Naja. Okay, dann würde ich sagen... Geh du mo auf denne. Ähm... Ich könnte mo... Das. Aber du machst... Ich glaube noch ist alles im Rahmen. Schaheld macht momentan nix. Das ist nicht gut. Wow. Ähm... Schaheld... Mach du mo... Ne, ich glaube... Du gehst mo auf denne hier. Machst aber immer schnell... Jene. So... Und du... Und du... Schaheld, würdest du bitte? Oh, das ist... Das ist jetzt... Ja, kann schon meinetwegen. So, ähm... Muss ich das Ganze mo kurz peilen. Peile. Schaheld, kannst du irgendwas machen, was dem weh tut? Was ist denn das hier? So. Das wäre ganz gut. Du bist voll geheilt. Kannst du mo... Und das hier. Ähm... Das hat nicht so ganz funktioniert, glaube ich. Cooldown. Also müssen wir mal wohl... Hier. Ne, ist doch okay. Müssen wir mal Shortcuts für die ganze schöne Sache. Ah, stopp. Ich hab' den Garnt gewechselt. Äh, es geht wieder nicht. So, kann ich jetzt bitte hier... Ähm... Hier sind nur Tote. Die Dummo... auf den raum des siegreiche wog ohne ist du kann stemmo an die kehle springen und du hast ja so zweite chance haben wir aktiv ist konstruiert ruf gehen so kannst du da heilen ich kann schon net und schon kurz ist segnen so segnen jetzt selbst du mir mo eine fertig sind mache so kann ich mo bitte da oben denn da warte mo du komm du am besten mo dann nuf so moment jetzt muss das doch nur wieder gehen so du komm schnell weg so kann schon mal schnell wieder heilung machen so der sterbt grad der komische hoschi ist so ohne ja die die hat so schön ist nicht so durchlaufen sowas konnten du doch mal was sind das schönes schwarz magie angreifen immer das du bist noch ein bisschen träumt du könnt der kann nix mal um das ist das habe ich nicht mehr schildschlag habe ich denn noch gerade weil gemacht oder so ist das angreifen oh ja wow 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 das ist nicht 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 gut ah irgendwas passiert irgendwer steht oh komplett drin irgendwas? oh irgendwer steht auch komplett drin wow 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 Wow! oh wow 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 wow! Schahild hat das jetzt noch ein Börstück gelöst, äh, ich seh hier, ähm, ich könnt hier nochmal, äh, äh, urteil wäre jetzt, urteil wäre jetzt richtig fett, so, du, na, wo ist er, wenn du, wir leiden hier, das ist bestimmt keiner von uns, so, äh, 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 göttlicher Schlag ist okay, äh, denn wir uns wünschen, gedanken Explosionen, gibt ja auch, gibt ja auch gleich, was sind das hier, was sie hier hat, getäubt, nein, nicht gut, oh, das ist unschön, dass du jetzt was hier kommt, so, ähm, meistert der Eliten, der ist hier, so, ich muss eher schon mal, Willkommen hilft du hier, oh, oh, äh, ne, Elidia, du stehst noch gut, ähm, Schahild ist in Gefahr, ich weiß das, so, jetzt kannst du, Zorndrank bringt mir nix, warte mal, was ist denn das, ne, Intelligenz brauchst du eigentlich nicht, ähm, so, so, nein, Pause, geht doch direkt weiter, du könntest eventuell noch richtig stehen, Nähmungsschrei, so, du, hausch weiter den, du gibst, Demo auf den Knüppel, Oh, nichts mehr zu tun, dann Haudene, Ah, ja, ja, genau, let my enemies burn, ähm, Es ist aber mal gut, 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 das sieht nicht gut aus, oder? Nein, ich glaube, Ah, okay, gut, der macht doch nix, alles klar, ich hab'n gedenkt, der, ähm, Oh, oh, er macht doch was, oh, oh, Nein, 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 child, du machst gar nix, du, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, Lauf, run, Forrest, run, Das sieht gar nicht gut aus Eieieieiei Hallo? Na toll So Eieieieieiei Das war jetzt natürlich Was ist denn das hier? Sauberdrang der Selbsterwäckung Tunnümsch überragender Heiltrank Und du machst Wiederbelebung auf Denne So Jetzt du mir Nur mal einen Heiltrank schlürfe So So Das bin ich Das bin ich Das sollte ich jetzt gebraucht Nicht schön So Sowas von Nein, 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 nein Nein, ich kann Und du jetzt So Ah, sie hat wiederbelebt Sehr schön Dann gehe ich Du jetzt mal Schau, weg, 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 weg Ah, Edidia Oh okay Es ist Okay Es ist Bisschen hektisch Ist hier Du Helft veselst du, nur mir du over Und du Musch jetzt leider der ist da schon wieder gut zweite chance und ich habe den immer noch nicht so jetzt kannst du so er fällt das ist schon sehr schön du kannst jetzt urteil geht nicht hier schnell was siegreiche boge hierhin und du schauhild so angekratzt gibt es nicht kannst du jetzt denn ein bisschen hauen am besten mit das siegreiche boge und du du warte mal so viel zeit muss sind ok ok jetzt soll ich hier noch nicht teleportiert ist das ein scherzkeks ist das ein scherzkeks ähm betäubt sehr schön konnte auch nix machen flächeneffekt mit reichweite das bringt man momentan so überhaupt gar nix ok urteil genau urteil wollte ich schon hier schon was mache so warte mal ähm jetzt läuft es momentan ganz gut da kann ich jetzt mal gucken wo ist ein regenerationsdrang da habe ich doch bestimmt so was ob du kannst raus aus 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 weg nein nein das war die falsche richtung der betäubte und zu weg 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 nein so was vom worst case aber ist jeder betäubt super was soll ich jetzt machen so ok äh hilfe genau hilfe ja Versuche ich doch schon Kann doch nix machen Weißt du Moana in So Gebet der Heilung Du kannst wieder volle Kelle Auf deine gehen und du Kann schon da gar nix machen Moment Ich muss ein Gebet erhalten Ja ist cool da Kann ich jetzt hier was machen Nein kann ich nicht Wo stehen die denn überhaupt Bin verwirrt Okay dass nichts Neues Da ich verwirrt bin Kannst du dem jetzt nur ein für alle Was ist denn das hier Ah ok so Passt wieder So Umhang des Kreuzritters Und ich bin mir da verwirrt Kann ich hier schon wieder Kann ich nicht Ist recht Ist recht Was ist denn der Drache Zurückweichen Und du Wow 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 Ähm Ja Ja Keine Panik Oder eventuell doch Panik Ich kann momentan wieder nix machen So So jetzt eventuell Jetzt eventuell Ähm Wow Das ist nicht gut Wird du eventuell Wow 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 Was ist jetzt los Habe ich nix paar aufs Maul gab Oder Oder ich musste jetzt nicht Geht denn oder Oh ne der hat den Kerl jetzt glaube ich Gefrisst Ha Hätte ich denn mit uns Anliehe sollen Ah Das ist der Der wo die Der wo die 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 Schmiede Nur angetrieben hat Ähm Ja Danke Danke Ich hab Annett vor Die ich noch Mose treffe Wow Du hast ein Gemetzel Erhoben des Erzmagiers Wow So ich glaube das Könntest du durch Und das macht sich bei dir ganz gut Bist du zwar kein Magier Aber egal Ähm Jetzt Ich bin nicht ganz Verwirrt wo ich eigentlich hin muss Ist das hier richtig oder Bestimmt oder Hallo Jungens Raben Bye Nährt euch der Mond Träne Wenn ich es denn besser wüsste würde ich sagen Die ist der Hinne Wenn ich es denn besser wüsste Da ist sie Nein Ich fühle mich Ich fühle mich Ich fühle mich Ich fühle mich Auch durch die Verrückung der Liebe sie mich Ich fühle 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 mich von ihrer Ratschung Aber ich glaube Ich büschle erst mal ruhig. Ja, ist recht. Ja, 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 ja. Nein, mein Wasser. Oh, bitte. Ich kann nicht mehr davon nehmen. Ich habe gefühlt, dieses Drama zu spielen, aber freundlich ist es nicht. Also, ich nehme das. Was? Was? Äh... Was? Die Brünne war die ganze Zeit so Kubus oder was, oder wie? Ja. Ja. Okay. Oh, mein Lieber. Ich bin Angst, dass ich das werde. Die Ascension ist auf der Hand, Gino. Ich denke, dass du mich folgst. Ich wünsche dir das zu tun. Wenn der Master abschließt, ich hoffe, dass du dich überleben kannst, damit wir... spielen zusammen. In der Zwischenzeit, mein Lieber, akzeptiere diese Lieblingspartner. Jetzt ist nicht die Zeit, um uns zu beschäftigen. Jaja, genau. Das hält ich mir im Plan an. Wow! Ähm... Also, ich würde jetzt gerne noch einen Stufeaufstieg machen, aber... da kommt noch so ein komisches Vieh. Wow! Da kommt noch einiges. Ähm... So, das machen wir dann beim nächsten Mal. Bis dahin dann. Bye, bye!